Ich habe jetzt gerade meine Whale-Summer-Nammelt aufgelacht. Das schützt mich so ein bisschen vor der Sonne. Und das ist vielleicht auch ein Tipp für euch. Einfach so einen Sonnenschutz anzutieten. Noch habe ich meine Regenjacke angezogen. Es gibt auch ein bisschen von dem Boot immer ein bisschen das Spree mit, das Wasser was überspritzt. Und von daher ist es ein guter Tipp, sich einfach mal Sonnenschutz und eine Mütze zuzulegen oder eine Mitzugrecken und auch eine Windjacke beziehungsweise eine Regenjacke anzuladen. Bei uns geht es jetzt los. Wir haben hier eine Mutter und ein Baby in der Area. Wir schauen jetzt mal, ob man hier aufs Gesicht gekommen ist. Hinter mir sind die kleine, hübsche Insel. Da waren wir jetzt gerade schon. Jetzt geht es raus. Bis gleich.